Ich habe noch nie meine Hornhaut mit einer Bastelschere abgeschnitten. Mit einer Bastelschere? Ja, das ist über Halt gelogen. Erstmal ist das keine Bastelschere gewesen. Warum warst du dabei? Nee, ich kenne die Geschichte und ich habe ihn noch schon mal dabei beobachtet. Es ist keine Bastelschere gewesen, es ist seine Küchenschere, die er aktuell macht. Ja, das macht es ja gar nicht ekelhaft. Also, das ist ja viel egaler jetzt. Aha. Ja, haben wir nicht, also haben wir nicht gemacht. Ist das von dir, ist das so ein fehlende Fetisch oder ist das quasi, oder? Nee, manchmal betastet man sich doch selbst und dann merkt man, habe ich jetzt die Schuhe an und das ist jetzt meine Nacken und Fuß. Und dann, wir werden mal nicht weniger bewegen und dann habe ich gedacht, man denkt vielleicht, er lügt. Aber da ich ihn ja kenne seit 33 Jahren fast, es ist wirklich die Wahrheit. Aber du stehst dazu, finde ich schön. Und ich habe mir mal einen Bimbs-Stein gekauft, dass das nicht mehr passiert. Bimbs-Stein. Ja, das macht er über die Nudeln dann schön. Hahaha.